Achso, ja, wir haben neu zu die Pause, aber danke Tanja, beim nächsten Mal. Danke, Tanja, beim nächsten Mal. Schattenchief, ein wunderschönen guten Morgen. Nein. Es steht ja dran, dass das Erfahrungspunkte erhöht. Genau, weil AP ja Erfahrungspunkte sind, nee, sind es nett, also nein. Nein, sind es nett, sind Allianzpunkte. Ja. 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 Ich überlege gerade, ob ich irgendwas heute vergessen habe. Verschickt habe ich alles. Und God of War SVKI. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, 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 ja. Das weiß ich. Da kann ich mich noch daran erinnern. Da überlege ich auch gerade, ob ich da überhaupt Werbung für machen will. Aktuell, weil ich mir jetzt sicher bin, ob sie sich das verdienten. Aber reden trotzdem mal kurz drüber. Kalorie und Flammenstab, den habe ich zum Glück schon. Aber irgendwie hat mir die Spielweise im PvP nie Spaß gemacht. Aber müsste jetzt vielleicht fast mal wieder fürs PvP-Event. Naja, wobei, PvP-Event ist vor ProcMeter wieder. Oh, da könnte es... Oh, das könnte sogar dann richtig Spaß machen. Das müsste Ende Mai, Anfang Juni irgendwann sein. Aber es ist irgendwie... Also eigentlich müsste es fast im Mai kommen, weil zum Release von Blackwood wäre es irgendwie komisch. Ja. Es war im letzten Kapitel auch immer schon, dass es nicht Montags war. Äh, weiß man noch nicht, wann das. Äh, es ist eh Donnerstag, ist ein Feiertag. Also in Hessen zumindest nicht. Achso, ja. Eigentlich ist Mittjahresgemetzel immer im Juni, nur mit Kapitel-Release am Anfang Juni weiß ich nicht, ob sie es vielleicht im Mai noch starten. Ähm. Daher, ähm. Wenn ihr mein Werk bewundern müsst, lasst mich wenigstens mein bestes Fossil vorschicken. Ja. Du bist es. Du bist es. Du bist es. Du bist es. Ja. Du bist es. Genau, also ich habe, also ich werde wahrscheinlich am, warte mal, am ersten ist der Dienstag, zweiter ist der Mittwoch, der dritte ist ein Feiertag, ich werde der dritte, vierte wahrscheinlich frei haben und dann vermutlich erst nach dem zwölften freinehmen können. Und Fauli und Varianta, wunderschönen guten Morgen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich will kein schlechter Gastgeber sein, aber ich bin etwas müde. Kalurier, seht zu, dass sich unsere ungebetenen Gäste auf einen langen Aufenthalt einrichten. Wie viel von eurer Gesellschaft muss ich noch ertragen, Urin? Das ist eine Treppe in einem Turm, also sein Geländer sind zwei Wände. So, das beichere ich mir dann mal, die Aussage. Jetzt ist irgendwo ein Ding aktiv. Es ist bald e3. Okay, da wird normal. Ja, wobei, Blizzard macht an der e3 kaum was, aber da soll Starfeed verkündet werden von Bethesda. Ja, stimmt mich auch nicht so wirklich, aber soll halt, ne? Da können wir auch mal gucken, was die e3 angeht. Könnten wir ein Streamingprogramm aufnehmen in der Nacht, dann die Panels uns anzuschauen. Aber mal gucken, wann der Bethesda-Panel ist, so wie ich scanne dann irgendwie dienstags nachts und da habe ich dann keinen Bock drauf. Fängt samstags an, dann kann man mal gucken, was samstags, sonntags so ist, aber dann montags und dienstags abends. Außer es ist dann, wenn ich Urlaub habe. Dann können wir auch drüber reden. Was sind diese beiden ohne den Dritten? Unsere beiden überflügt. Unsere Wissen. Ich vermag euch, diese Rügel zu stauen. Immer noch etwas? Die Spürer auf jeden Fall immer noch lassen, Alter. Ich habe das Kettel, alles, was ich jetzt noch kenne. Ich habe das Kettel, alles, was ich jetzt noch kenne. Ich habe das Kettel, alles, was ich jetzt noch kenne. Frostman, wunderschönen guten Morgen. einer von euch zufällig englische iso streamer und erfolgt da dover kredo war kredo war links und hat mal wieder was von ihr gehört das machen sich viele leute sorgen ja das ist ja irgendwie somit das problem also sie hatte glaube ich eine op und dann hat man irgendwie nix mal von ihr gehört und sie reagiert wohl auch nicht wirklich auf anschreiben und irgendjemand hat einen komischen tweet gemacht mit von wegen irgendwie geht es nicht gut und daher vielleicht gedacht möglichkeit steht dass irgendjemand von euch vielleicht bei der offen discord ist oder so und da irgendwie was weiß weil es halt leider nicht wo den händler weis ist halt leider nicht wo den händler weis ist Soll aber mit Blackwood geändert werden und dann wird wieder Proc komplett OP und jeder wird auf Porgsets gehen und dann soll es mit Update 31 so sein, dass du dann in der Kampagne, also die Kampagne, die du wählst, nicht nur mit und ohne CP wählen kannst, sondern halt auch Non-Proc und Proc-Kampagnen wählen kannst. Aber die aktuelle Skalierung ist halt völlig wahnwitzig von den Proc-Sets, weil die kein Cap haben und einfach. Ja, alles, alles wird übel. Ja, es gibt auch noch, es gibt es eines etwas auf Magieresistenz skaliert und da kannst du dann auch den einen neuen Mystic-Item, was die 10k Riesis gibt und keine Ahnung, kannst du auch in, keine Ahnung, was für Sphären hochballern. Im Leben stand ich da drinnen. Ich bringe euch auch schon bald die Schritte bei. Das Klappen und Schaben alter Knochen ist Musik in meinen Ohren. Ja, ich bin der Kampagne, das ist eine sehr ungerolle Ausfluss. Ich bin der Kampagne ganz gut, das ist ein kurzer Scham. Ich bin der Kampagne nicht nur in der Kampagne. Ich bin der Kampagne, weil ich die Scham. Verzerbte Viecher, hinfort! Wer ist, was eure Freiheit? Hältst uns, ohne ihn zu besiegen! Ich habe einen Drachen gefütet. Durch eures Gleichen falle ich nicht. Das ist eine ganz schöne Sache, du weißt? Danach Random Geister. Komm Eingang. Geister. Danach 4. Neue Geister, Mitte frei. Koloss. Neue Geister. Neue Geister. Danach 4. Neue Geister. Bitte jetzt den nächsten Knochenkoloss spotten. Und wir machen Damage. Neue Geister, Mitte frei. Geht doch. Wesens, wunderschönen guten Morgen. Semitwitsch, wunderschönen guten Morgen. So. Wie denn? Achiefern. Sie sind mit dem Naam und euren alten Feind binden. Rache!